Das heißt aber, Sie haben mit Weltfrauentag und Frühjahrsputz auch kein Problem, wenn Sie das sagen. Als Witze? Ja. Nein, also, ich habe es dann immer weniger gemacht, aus einem ganz technischen Grund, es ist eine Altersfrage. Wenn Sie das als 35-Jähriger machen, dann kann das noch provozierend sein, jetzt in meinem Alter und so weiter, kriegt das dann so was klebriges, so Sugar Daddy. Ja, ja, eigentlich. Aus dem Grund habe ich es nicht mehr gemacht. Ganz brutal gesagt. Aber die Denke bleibt natürlich. Wenn man älter wird und diese Art von Witzen noch macht, dann wird man wirklich zum alten Trottel. Ja. Das ist ein riesiges Gott. Gottschalk. Ja. 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 Ja, ja, mein Lieber. Einmal anfassen.